Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Doom, verbunden durch die Leidenschaft für Karten gegen... Neuvertrag und Diversum. Genau, und jetzt muss ich das noch hier anmalen. Wo ist denn das? Da. Neuvertrag. Und boy, Neuvertrag. Haben wir schon lange ne Max sehen? Ja, das stimmt. Also wird mich jetzt Utopia fertig machen, sagste? Ich weiß nicht, ob sie das kann. Meinst du nicht? Möglicherweise. Aber du weißt ja, wie gut das Deck bei mir funktioniert. Was ist denn das für ne Combo? Das ist ja die Combo geil. Au! Wir haben mich jetzt da angestoßen. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Utopia ist schon mal Teil 1 da. Ja, das stimmt wohl. Und da ist auch noch der bewaffneten Weiser-Effekt. Jetzt muss ich mal gucken, wer von denen mich nochmal beschützt. Oder eigentlich brauche ich nur ein ATK-Buff, glaube ich. Ach so, kriegst du... das war der, der die ZW-Waffen sucht. Ah ja, okay. Also, solange du nicht den einen Schild hast, habe ich genug ATK, denke ich mal. Ah ja. Ich mein, Notfalls, du kannst ja in Angriffen negaten. Ja, wenn du wirklich drüber kommst, muss ich wohl Material nutzen. Okay, du bist dran. Kannst ja bis zu zwei Angriffe negaten. Also... Bis auf das, wenn du kein Material mehr hast, du natürlich einfach stirbst, wenn ich angreife. Ich glaube, das ist sogar ein relativ starker Start dafür, dass ich das Deck benutze. Okay, guck dir mal die Combo an. Du hast eine Stufe 3er. Ich hab... Ah, nein, dich will ich jetzt nicht kennen. Ich hab nicht nur eine Stufe 3er, ich hab literally den Stufe 3er. Ja, aber du hast nichts im Friedhof. Oh. Und mein Flügel möchte was machen. Ja, ungünstig. Falls durch einen aktivierten Effekt deines Gegners ein Monster gespecialt wurde. Okay. Hab's... Also wenn ich das jetzt nicht falsch gelesen habe, buffte er mich jetzt einfach nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Falls durch einen aktivierten Effekt, da hab ich keine Ahnung mehr. Hält sogar an, falls diese Karte schon wieder verlässt. Warte mal. Ist das von Spatörn oder würde das bei jedem Effekt passieren? Weiß ich nicht. Einmal pro Spielzug steht da oben, ja, ist von Spatörn. Aber bleibt es? Meinst du, das bleibt? Also, es bleibt, soweit ich das richtig gelesen habe, sogar wenn Z wie Winterflügel nicht mehr da ist. Also, ja. Ich hab das... Ich hab vorher nur 1600 gelesen und dachte, naja, das klingt doch ganz stark. Eigentlich hab ich ja quasi 800 ihm gegeben. Okay. Das ist mir nicht aufgefallen. Aktivieren wir Oliver und werfen Roland ab. Okay, cool. Was machst du jetzt? Äh, ja... Ich denke mal synken. Oder nicht? Ja, okay. Ja, klingt sinnvoll. Warte mal. Das wäre... 1 plus... 1 plus 4 ist 5. 5 plus 3 wären 8. Habe ich einen 8er hier? Wäre das was, was sinnvoll wäre? Ist hier ein 8er drin? Nein, es geht nur bis 7. Euer Ernst? Dann wirst du wohl den 5er nehmen müssen. Da hast du, glaube ich, zwei unterschiedliche. Ich hab einen 4er und zwei 5er, ja. Ja, wenn diese Karte doch gerade einen Effekt zerstört wird... Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren und 2100 ist auch nicht unbedingt genug Attack. Oder ist auch 2900. Der namenbedeckte Krieger. Keiner auf einen Monster hat den Krieger als Angriffs-Team wählen, außer... Ah, okay, er kann eine Zerstörung überleben, das ist doch auch okay. Falls ich sie gerade der Simplop-Schwerung beschweren würde, du kannst... ... kannst diesen Effekt aktivieren während der Endphase. Ja, also, ich sage, wir haben einen Deck auf dem Friedhof. Dafür dann haben wir einen Krieger-Monster. Und dann decken zu. Warte, ne... Okay, ich nehme mal den Hauptmann, denke ich. Oliver zusammen mit einem Dreizeitkrieger. Mit dem würde ich gerne weiter linken, weil er ist ja Empfänger, aber... ... leider nein, leider ja nicht so. Okay, das passiert, glaube ich, erst in der Endphase. Der Hauptmann Roland. Da ist die Zerstörung der Friedhof-Bürfel-Kreise. Der Krieger-Monster wählen, dass du kontrollierst, rüstet... ... das Monster mit dieser Karte... Oh, okay, von mir aus. Der Oliver rüstet sich noch aus am Roland. Was gibt ihm das jetzt überhaupt? So, diese Karte... ... kann das ausgerüstete Monster nicht als Ziel für Karten-Effekte. Okay. Oh, ich glaube, das war dumm. Warte mal. Kann ich ihn jetzt dafür wählen oder nicht? Ah doch, das geht schon noch. Das reicht aber nicht, oder? Ausrüsten ist scheinbar erlaubt. Tja. Aber das reicht. Irgendwie reicht das nicht. Ich bin einfach zu stark. Oh nein. Okay, ähm, wir machen Hauptmann seinen Effekt... ... und holen uns... Wer ist denn mit dem? Oh, warte, da geht ja ein Friedhof... Das ist nicht schlimm, der geht wieder aufs Deck. Oder das? Ich glaube, die tut das immer, egal wie sie in Friedhof geht. Das steht vom Spielfeld. Ich würde fast... Oh, egal, da holen wir das Truppen im Exil. Oh, warte mal, kann ich dich überhaupt targeten? Oh, vielleicht war das nicht so schlau. Egal. Ein Tornado-Bringer hat, ähm, nicht... Oh, das ist der Effekt, den ich jetzt... Naja, keine Ahnung. Kräfter-Magie. Aber jetzt war ich wahrscheinlich das Problem. Ja, die kommt nicht wieder. Hier hätte ich jetzt ein Spiegelschild wählen sollen. Na ja, gut. Das ist versehentlich vergeigt, aber... ... schon in Ordnung. Kann ich dich denn verbannen? Hätte dir die Kriegerin mehr Sinn gemacht? Oh, das ist möglich, dass das geht, ja. Oh, das ist möglich, dass das geht, ja. Also, so vor 20 Jahren hat man das nur ungern gemacht. Okay, sure. Monsteropfern für die 1000 ATK-Karte. Tornado-Bringer hatte ich zum Glück auf der Hand, sonst hätte ich mir den suchen müssen. Der schützt mich von Karteneffekt. Hier einmal Hauptmann dran. Dann kommt noch ein Oliver hinterher. Ja, wenn dir das hilft, was hilft. Du hast nicht den richtigen Ausrüstungszauber. Aber du hast... Oh mein Gott, du bekommst jetzt noch mal zu... Los, go! Du bist zu schwach, tut mir leid, du bist zu schwach. Los! 5000! Oh, okay, hab mich... Ganz... Schade. Meine Fresse, ey. Hast schon Angst? Ja, das war hier. Ja, noch eine Axt und du hättest, äh, genug. Ja, toll, du kannst den Angriff trotzdem legalen. Ein 6-Saal-Feld. Oh, dann kannst du den goldenen Zug suchen. Ja. Hoffen wir mal, dass ich sie ziehe. Oh mein Gott. Ich hab für seh nicht angerückt, jetzt verbanst du mich. Ach ne, falsches Monster. Das ist nicht die DD. Ja. Brauch. Ja, gut, geschockt. Leider. Aber jetzt hab ich noch mal ne neue Chance da drauf. Aber wenn du die hast, wie soll ich einen der dann vorbeikommen? Oh, aktivieren die sich jetzt nicht nochmal. Kann ich einfach nicht mal angreifen. Nein, tun sie nicht geil. Ja, ah. Ah. Meh. Oh, sie ist an, nimm mal. 6-Saal-Feld. Was macht glänzender Zug denn nochmal? Ähm. Du kannst. Ich glaube, du kannst dein Monster abwanken, wenn ich mich richtig entsinne. Ist ja die Frage, ob das ich sie möchte. Ach, gar nicht. Null Bock. Ich bin noch nicht stark genug. Warte mal, ich darf ihn nicht ausrüsten. Aber ich hab doch ein Utopia-Monster. Ähm. Hast du irgendwo Targeting Protection oder so? Warte, das zählt auch noch dazu. Ne, du hast zu wenig LP. Naja. Ach so, okay. Aber ich kann ihn beschwören. Mit dem 6-Saal-Katapult. Hast du ihn auf Felskalow passiert? Ja. Alter, oder kann ich jetzt ausrüsten? Jetzt kann ich mich ausrüsten. Wenn du dir den Impact anschaust, ist der nicht so geschrieben, dass du den von der Hand quasi nutzen kannst. Ja. Okay, GG. Aua. Das ist echt ein bisschen viel. Schaden. Hast du jetzt ein gutes Match-Up ausgesucht, wo du gewinnen kannst. Aua. Bild, die Kriegel... Der mal, was ... warum fang ich an? äh ja gut das ist irgendwie echt nicht so eine geile Starter setzen wir mal das hier nach der Schadenberechnung ok ja das wäre glaube ich egal ok machen wir das und end phase ok gut ich habe auf jeden Fall Utopia ich habe nämlich wieder bewaffneterweise gezogen aha cool exakt der gleiche Zug der Gagagamagia ja das ist exakt ich finde das auch so witzig man kann mit Gagagamagia ja gefühlt jede Stufe beschwören aber macht immer Utopia ja ich meine jetzt mehr nicht immer Stufe 4 immer den jetzt suche ich mir den Tornado bringe bin geschützt vor Karten-Effekten ach was wirklich wäre ich scheinbar sowieso sonst bin ich quasi doppelt oder so ähnlich fragt mich kann dein Gegner das Monster nicht als Ziel für Karten-Effekte wählen und das hier sagt kann ich doch Karten-Effekte zerstört werden ok der eine macht mich nicht anwählbar und der andere beschützt mich vor Zerstörungs-Karte ich bin nicht stark ich bin nicht stark er sagt es die Karte selber ok aktiviere ich diese Karte jetzt nicht aktiviere sie jetzt nicht ich will hoffen dass das jetzt trotzdem funktioniert ja sieht so aus oh mein Gott alter das ist ja der Hard-Counter ich habe kein Utopia mehr im Extra-Deck gehen wir ins dritte Duell und dann möchtest du trotzdem weiterkämpfen ich habe ja schließlich Monster die man theoretisch benutzen kann natürlich will ich trotzdem weiterkämpfen ok ich möchte nur bitte was anderes ziehen weil mit der ja ok ja das ist ein viel viel besseres Monster zum angreifen klatschen wir dich mal hin so dann zweimal Axt der Verzweiflung da drauf ich bin sehr verzweifelt ja der Typ soll jetzt mal sein Katana weglegen und zwei Ecks in die Hand nehmen das wird aber echt wehtun ja das ist 6600 Jan wenn ich nächste Runde kein Monster zieht ja eigentlich ist es egal ich habe kein Monster das da was bringt du hast auf jeden Fall Karten um Utopia zurück zu holen also so ist es nicht ach so wie denn ja die 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 Wiedergeburt die eine ich glaube du hast noch ein paar andere Karten die das auch können zuerst mal Schneeball auf den Alien Creeper werfen brauche ich noch Alien Kristalle ja 6 Seilfelder ok ich weiß nicht ob dir das jetzt noch was bringt aber gut oh krass das ist schon krass äh der wäre krasser gewesen wenn der angehängt wäre weil dann hätte er einen Monstereffekt annulieren können scheinbar naja und direkt das hättest du gar nicht machen auch mal ich weiß aber es war ein Angriff weniger und damit das dritte wer wird gewinnen also jetzt wissen wir auf jeden Fall welche Karte ich versuche immer auf meine Hand zu kriegen die 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 Kriegerin die ist gar nicht schlecht ah stimmt das sieht eigentlich ganz ok aus ok Utopia oder nicht Utopia ja ja Okay. Interesting. Jetzt kann ich den verschwören. Ja, okay. Ach so. Offen, ne? Sehr schön. War verwirrt, warum du nicht Insta kaputt gegangen bist. Ich warte im Endeffekt darauf, dass ich das Monster ziehe, mit dem ich was tun kann. Okay, der kommt gar nicht mal schlecht. Na gut, ist ein 800 bei dem Hammer. Ja. Hat du mich 2800? Das wäre eigentlich ganz okay. Oh, ich darf was tun. Was? Ah, ich habe zwei Monster im Friedhof. Danke. Oh! Oh! Nein, das hat doch nicht die Karte. Ja, okay, gut. Mach mal. Ich habe ein klitzekleines Problem. Dein Monster ist ja stärker. Das ist aber die Karte vom letzten Anime-Duell. Von dem Anime. Von dem Anime-Duell? Ist sogar die Karte, also der Anime hatte, like, zwei Akte, die verschiedene Intros hatten. Und, like, in dem einen Intro wird diese Karte quasi erwähnt. Also, deren Name, zumindest der Englische. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist. Okay, jetzt hast du da Utopia stehen. Äh, wie wäre es denn, wenn der wieder zurückgeht, wo er herkam? Du Arsch. Ich habe mich gewundert, als ich das erste Duell gewonnen habe. Es lag also doch daran, dass du auch irgendwie Pech hattest. Ich meine, es lag daran, dass ich die Kriegerin nicht hatte, um ihn zu outen. So, mehr oder weniger. Und mir es dann auch nicht richtig gesucht habe. Weil du kannst ja, glaube ich, Banishment nicht outen, oder? Oder kannst du das irgendwie outen? Hast du da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Das ist insgesamt sogar genug. Okay, ja, bespören wir mal. Cool, jetzt kann ich voll viel linken. Aber ich glaube nicht, dass du Bock darauf hast. Ähm. Oh, nur dieser Darm. Eins. Zwei. Gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen. Und wir machen im nächsten Part weiter. Tschö! Tschüss.